Wir haben jetzt noch 40 Sekunden bevor es losgeht, wie üblich. Hier ist schon mal das, was wir alle haben wollen, nämlich etwas, äh, lasst, ne, gebt das Hanf frei, ei, 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 also hier hat sich jemand mit dem Laptop hingesetzt und dachte, ja, ich mach mir erstmal so ein bisschen Hanf, ist ja Zombie-Apikalypse, die Dollars liegen hier auch schon auf dem Boden rum, ein Spaten zum sich selber einbuddeln ist hier um die Ecke und irgendwie komm ich hier nicht raus, warum komm ich hier nicht raus, hm, ach doch, die Tür ist jetzt offen, okay, hast du nur ein bisschen geleakt, schöne, okay, es ist eine Drogenhölle mit Sicherheit, denn so viel Munition und so viel Waffen im Gunstore mit Drogen hinten im Hinterräumchen, guck mal, no aim, ach, oh, es geht los. Das heißt, der Rest muss hinterher kommen und wir können schon mal gucken, dass wir so wie weit wir kommen, hü hü hü. Ich hab schon mal einen Revolver gefunden, die sind eigentlich in der Regel ziemlich scheiße. So, wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall eine Objektivsmap, hier ist eine Shotgun, die nehmen wir auch gleich mal mit, Fehmaback bringe ich auch schon mal mit, aber ich ligse zumindest schon. Ja, ich auch. Mehrere sogar. Was öffnen wir anders? Du hast irgendwas Großes gefunden. Ja, das finde ich gut. Okay, also momentan müssen wir erstmal verteidigen. Ich habe drei Firmabags rausgeholt, die ich alle hier schon mal in einem Hotelraum platziert habe. Ich habe es momentan hier hinten drin im Wohnzimmer. Bring es rein. Hier können wir eine Healthpack hinpacken. Das ist schon mal gut. Ja, anderer Raum auch. Die Türen bitte immer zumachen, wenn der reinkommt, die Jungs. Das ist schon klar. Oh, hier ist noch mehr TNT. Eine Melone. Achso, die meintest du. Okay, ich wusste nicht, dass es die Leichen sind. Zombies unten. Ja, sie kommen. Sie kommen tatsächlich. Bring es mal rein, genau. Was hast du denn wieder Schönes gefunden? Eine Schwester hast du gefunden, alles klar. Oh, ich habe die Healthpack gefunden. Ich bring es mal schnell hoch. Ich bin im Waffejob. Ich bin im Waffejob. Das ist gut. Sag uns, wo er ist und wir kommen hier. Und es wäre schön, wenn du da wiederkommen würdest, weil hier kommen die Zombies hoch. Gib mal. Jawohl. Okay. Und ich, nein, es hängt fest. Es hängt fest. Und ich kriege die Tür nicht mehr zu. Oder auf. Jungs, ich glaube, ich habe etwas kaputt gemacht. Ich kriege die Tür nicht mehr auf. Ah, danke. Ah, endlich. Nicht durchs Fenster. Oh mein Gott. Okay, das war das Fenster. Wir hätten das Fenster gut gemacht. Ja, ich nicht. Ich habe es. Oh, jetzt. Unschuldig. Geht es ja durch, du blöde Kiste. Oh, ich habe ein Zombie draußen. Ah, schade. Dann mach mal weg das Ding. Ja, mit dem Baseballschläger habe ich auch nur. Ich mache hier unten mal die ganze Zeit. Hast du schon kaputt? Ah, weg damit. Ich gehe mal kurz draußen aufräumen. Jetzt sind wir mit einem gigantischen Hintergrund am Boden. Ja, das. Das ist mit dem Arbeitsstern. Kein Hintergrund. Okay. Hier kommen Nachbarn. Und wo ist der? Oh, viele Nachbarn. Wo ist denn der Gunstore? Was macht ihr mit den Waffen? Ich hole eine Gun, genau. Ich habe nur einen Baseballschläger. Ja, meine ist leer. Ich brauche den Gunstore. Dann sollen wir mal der Dings mal langsam sagen. Hier sind Zombies, Mann. Und wir haben keine Munition mehr. Komm, gefertigst hoch und hilf uns. Ja, das Problem ist, dass hier auch keine Muni drin ist. Oh, Mann. Ich meine, die Muni ist abgeschlossen. Genau, unten. Oh, hier sind Zombies. Ah, 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 ah. Du hast... Unten. Unten sind wir. Und da sind ganz viele Zombies. Da komme ich nicht mal zu dir hin. Hast du gerade Feiler Hole gesagt? Ja, hat irgendjemand... Oh, was ist denn das? Okay, irgendjemand hat Dynamit geworfen. Oder irgendeine Rauch. Ach, du meinst das hier, was ich auch gerade mache? Ja. Das da. Oh, ich habe mich selber gesprengt. Yay. Nice. Schön in kleine Fetzen zerlegt. Aber ich lebe wieder. Ach, du auch. Du hast dich auch in die Luft gesprengt. Aber ich lebe wieder. Das ist gut. Na, habt ihr schon Spaß? Ja. Wir sind schon auf... Zwei... Wir haben uns schon in die Luft gesprengt durch C4. Du hast hier noch ganz viele Waffen. Machete. Tagessen von gestern entsorgen. Du hast also quasi... Du bist jetzt... Oh. Da hab ihn. Danke. Unglaublich. Einmal mit Profis. Ja, ohne Munition natürlich. Spielst du mit uns? Also Profis gibt es nicht. Ah, mich beißt was. Warum sagt mir das keiner? Nein! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Tut was. Tut was. Rennt. Ist das geil. Ist das geil. Erlebt überhaupt noch einer? Nein. Literweise Zombie-Preise. Können wir jetzt definitiv erstmal gleich runtergehen und die Waffen holen. Schau's da. Die sind doch geladen, oder nicht? Nein. Dann bringen wir wenigstens eben ein paar hoch. Ich bringe jetzt erstmal das Healthpack hoch. Das habe ich ja letztens schon gefunden. Das ist hier in der Ecke. Weg da. In einem amerikanischen Haushalt. Hier muss es doch Waffen geben. Oh, hier Granaten. Es gibt hier sogar Drogen. Schön. Also so. Dann bist du dich schon zu Hause quasi. Was soll das denn heißen? Nix. Gar nix. Nein, nein, nein. Bretter, Hammer, Knackerwaffen. Noch die zweite Medikiste. Raketenwerfer. Ja, das habe ich auch schon gefunden. Ja, schön wäre es. Was ist eigentlich in dem zweiten Haus hier? Tomahawk. Tomahawk. Eins, zwei. Ach, hier kann man noch eine Healthpack hinpacken. Reiner, vier. Fünf, sechs. Alte Gags. Grenadier heißt das eigentlich, aber egal. Acht. Gute Nacht. Verlacht die Hex. Hihi. Wie, ich habe das zweite Healthpack? Ähm, so. Zombie? Zombie, zombie. Lass mich mal. Oh, Mann. Knacker. Mit deinem Afro wieder im Weg gewesen. Was ist denn hier hinten eigentlich? Äh, ich brauche irgendwie, ob sie, Munition. Äh, hast du in den ersten oder in den zweiten Augen? Äh, they're coming to get you, Barbara. Pusch. Ich pusche. Wieso geht die Tür nicht auf? Ich mache die Tür lieber mal wieder zu. So, Waffenladen ohne Munition. Hm. Check. Gut. Schießstand. Jetzt, oh, ähm, ich habe ein bisschen was gefunden. Hier unten so Pillen und Bandagen und Healthpacks und Sledgehammers. Hier unten ist so ein Keypad. Kann ich noch mal nicht eine Ahnung von dem Komen? Ähm. Kommt mal in den Waffen, äh, in den Schussraum. In den Schieß-Dingsbumsraum. Mhm. Booting Range. Komm rein, Knurder. Und hier, hier rein schon mal. Da könnt ihr schon mal ein bisschen was holen. Ähm, 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 ähm. Sorge fürs Räuspern. Booting Range. Zum Beispiel eine Kettensäge. Ich habe da mal eine Kettensäge hingeworfen. Ja, komm. Jetzt brauchen wir noch den Kot. Den suchen wir jetzt mal. Guck mal, gerade hier ist ein riesiges Loch, da kommen Zombies durch. Da können wir aber nicht raus, oder? Nee, da kommen nur Zombies rein, alles klar. Das Coole ist, hier sind Zombies drauf abgebildet zum draufschießen. Sogar Osama bin, bin Zombie. Ja, hier ist ein Osama. Echt? Osama bin Zombie. Mutter ist Zombie. Nein, wirklich. Ich glaub's dir. Ich hab' gesehen. I'm not talking any shit. It's lustiger zu seht. Unser Sohn wird überrannt. Ja, das kann ich nicht ändern, so. Ja, der Salon. Der ist Salud. Ich mach mal die Tür zu. Es zieht. Vielleicht ist hinter dieser amerikanischen Flagge, wenn ich die wegachste. Schade, geht nicht. Vielleicht wäre da der Kot mehr gewesen. Äh, hier kann man auf jeden Fall sich diese... Die amerikanische Flagge mit der Axt. Man wird mich nie wieder in die USA einreisen lassen. Ich will Munition. Ähm. Semi-Automatic Rifle Prices. Ich mach mal die Türen zu. Warum lassen die Türen eigentlich alle offen? Wo geht... Heute ist Tag für offene Tür. Haben wir noch eine Health Pack irgendwo, die man hinstellen kann? Weil hier unten ist auch noch so ein Slot. Die kommen zu dir, Barbara. Okay, dann mach bitte die Schlösser mit auf. Wo sind die? Also hier müssen irgendwo welche, oder? Versuchs mal. Du bist noch draußen, ne? Hallo Kot, wo bist du? Wer are you? In der Kasse, Casablanca. Ähm, oh, da ist ein Zombie im Arsch. No aim, da ist ein Zombie im Arsch. Ne, Runner. Wo muss ich das eingeben? Wo muss man das eingeben? Zombie, Zombie, Zombie. Zombie Runner. Hab ihn. Türen zu machen. Unten am, was? Achso, ja, gut. 7, 1, 5, 7. 7, 1, 5, 7, 5. 7, 1, 7, 5. Offen. Und wenn ihr wollt, hier stehen auch noch ein paar Haschischpflanzen. Ein paar Handpflanzen. Also richtig offen scheint es nicht zu sein. Ja, nee, da war aber, das war nur der Tresor. Hier war ein Geheimraum, äh, oben im Schlag. Schlafzimmer hinter einer USB-Platte versteckt. Und dann? Da steht der Code an der Wand und, äh, da stehen diverse Haschischpflanzen. Ja, das meine ich ja, dass da Drogen, oder was, nicht da, da war es gerade, äh, abseilen, stimmt ja. Mhm. Ey, Jungs, Jungs, da ist ein Zombie im Weg und ich kriege den... Jungs, die Tür ist wieder offen und ich habe leider keine... Warum? Warum tun sie das? Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Ich glaube, sie wollen einfach nur Fleisch. Peitsche. Das ist richtig. Die ganzen Türen mache ich mal wieder zu. Das ist so wie vor dem offenen Kühlschrank stehen, der leer ist. Das ist wie bei Hummus Simpson bei deiner Mutter, weißt du? Dann klopft man mal ans Hirn und dann macht es... Ja, das hat er auch gerade gesagt. They're coming to get you, Barbara. Mit dem Feuerlöscher, ich bin da. Worfo, du bist rot, du bist rot. Du bist tot. Worfo ist tot. Von der anderen Seite. Jungs, der Worfo ist gestorben. Ja, was denn? Was? Oh, ah! Es brennt oben. Es brennt ein wenig da oben. Was hat er gesagt? November? Wo bist du denn? 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 Hinten vorne im Munnischrank. Was ist denn hinten? Wir sehen dich leider nicht momentan. Zombie! Hab ihn. Hat sich umgehauen. Ja. Kind, 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 Kind. Kinder Wahnsinn. Runner, Runner, Runner. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, fuck. Ach, du kannst die doch aufschweißen, die Dinger. Mach auf das Ding. Jungs, ich denk was mit. Achso. Kinder, Renner. Alter, alles auf einmal. Nein, wie viele sind denn das? Geh weg. Na, nächste Runde wissen wir es dann. Nein, geh weg, du Kind. Nein, das Kind hat mich getötet. Dabei meinte ich noch von mir, mach die Gitter damit auf. Okay, du wusstest wahrscheinlich nicht, wo die Gitter sind. Du wusstest nicht, wo die Gitter sind zum Aufwälben. Und ich meinte die ganze Zeit, mach die Scheiße. Vorhin meinte ich es ganz kurz. Ja, ja, aber ich dachte, du meinst irgendein... Nee, nee, da wo die Munition ist. Gut, gut. Du, ey, das schaffst du. Du musst nur noch 33 erledigen. Und du kannst die Munition rausholen. Und du blutest und bist rot. Und du weißt, wo die Kiste steht, ja? Oben. Du hast Bandagen da. Du hast Bandagen genau vor dir liegen. Schieß sie, ja, schieß sie, ja, schieß sie, die dicke Tittenfrau. Den Kopf zu wackeln. Tausend tolle Titten, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man quietschen, um sie zu verstehen. Hoink, hoink, hoink. Granate! 5, 5, 6, äh, dann musst du hier die M16 schnappen, die dicke... Do it. Do it, sie kommen. Do it now. Tu es. Tu es, tu es, tu es. Tu es, 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 tu es. Äh, links von dir liegen noch Bandagen, jetzt rechts von dir quasi. Rechts von dir liegen noch Bandagen. Jetzt hat er auch Munition eingesammelt, ja, gute Manier. Ja, ja, schieß sie alle. Tust du mir mal einen Gefallen und machst bitte die rechte Maustaste einmal kurz anklicken. Tu mal die rechte Maustaste einmal klicken. Tu mal tu. Einmal rechts. Einmal kurz, du brauchst die Bandagen, die links von dir liegen. Links. Und noch, da, da, nee, links, 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 unten, links, unten, links, unten. Bandagen, links, unten. Da sind Bandagen, ja. Achso, dann hast du wahrscheinlich noch, äh, ja, dann mach mal Inventar gleich auf, wenn du die erschossen hast. Ah, verzogen, 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 verzogen. Mach mal kurz Inventar auf und schluck dir deine komischen Bandagen rein. Und dann kannst du die anderen aufnehmen. Ja, sehr schön. Nee, kann ich nicht benutzen. Nicht? Er braucht Healthpack, er blutet nicht. Achso, okay, ja. Stimmt, 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 da war ja was. Und die sind oben, also könnte es natürlich nach oben und dich kurz heilen und wieder runtergehen. Oder du machst mit deiner Superwaffe jetzt erstmal für 21 Zombies platt und wir helfen dir dabei. Das ist nicht die Superwaffe, das ist eine Nailgun oder irgendein Scheiß. Hubi goes enrage. 22 Millimeter, äh, 22, sag ich schon. 6 Millimeter Pistole, was da liegt. Oh, du bist aber ein hübscher Zombie. Der hat noch, äh, das Parfüm von gestern drauf, so wie er aussieht. Oh, die paaren sich, glaube ich, da. Paarungstanz der Zombies. Da kommt dann so ein Mad Micro aus, wahrscheinlich. Nee, 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 das geht nicht. Sag mir, wenn was hinter mir kommt. Ich bin, äh, artificial, also ich kann nicht irgendwie so hergestellt werden. Ja, hinter dir kommt was, aber es läuft falsch rum. Das ist die Kalistergeburt quasi. Immer noch besser, als aus dem Erdloch gegraben worden sein, irgendwo in Bremen. Ich komme nicht aus Bremen. Das ist das Gute. Also kannst du nicht mich meinen. So, da kommen drei Zombies, die steht in der Luft. Das ist, glaube ich, eine Hexenzombie-Tusse. Die steht so ein bisschen über dem Boden. Hex, Hex. Lauf nicht ein, dass hier ein Serious Business ist. Äh, Hubi, du tust mir jetzt mal einen Gefallen. Du gehst nach vorne. Nein, nicht nach da vorne. Das andere vorne, also sprich Hinterausgang. Gehen wir zum Hinterausgang. Und schießt jetzt bitte die gestackten Zombies da einfach weg. Und dann gehst du direkt nach links, wo du das gemacht hast. Außer man sieht da vorne ein Healthpack genau vor dir. Healthpack genau vor dir. Pass auf, rechts ist noch was. Healthpack aufnehmen. Heilen. Jawohl. Und jetzt noch guckst nach links, wenn du rausgehst. Direkt nach links, wenn du rausgehst. Direkt nach links, wenn du rausgehst. Und schießt das alles über den Haufen. Kind, Kind, Kind und ein Kind, Kind. Ein Kind, ja. Oh Gott. So, jetzt haben wir nämlich nur noch drei, die du da schießen musst. Ich dachte, das dauert ein bisschen lang hier, also. Yeah. Yay.